Fokussieren wir uns nur noch auf den Kampf, da drinnen bleiben wir wach, das ist kein Sparring, das ist kein Spiel, jeden Tag bist du hier, arbeitest mehr als die ganzen Profis und das lässt du da jetzt raus, keine Sekunde darfst du an dir zweifeln, egal wie der Kampf wird, keine einzige Sekunde darfst du aufwören daran zu glauben, dass du diesen Kampf machst, die ganze Zeit, die ganze Zeit, wir gewinnen, wir holen diesen Kampf, wir holen diesen Kampf, wir geben da drinnen Gas. Jetzt ist alles nur noch, du gehst rein, alles ist nur noch, du gehst da gleich rein, okay? Das ist kein Spiel jetzt, jetzt ist das kein Spiel mehr, danach können wir wieder Quatsch machen. Amir gegen Nua, in die Rote Ecke, Jordan Jordanoff! Und hier auf dem Weg zum Octagon, Jordan, Jordanoff, 14 Jahre alt. Applaus hier für die Rote Ecke, Jordan Jordanoff! 40 Kilo vom Fight Club Gelski! Zur Info nochmal an alle Zuschauer, der Kampf ist zweimal drei Minuten und am Boden darf nicht geschlagen werden. Vor zehn Jahren war das nicht möglich, dass Kinder und Jugendliche MMA machen durften, aber beide Teams, beide Gyms haben hier eine große Kinder- und Jugendabteilung und genießt diesen Kampf mit viel Applaus hier. Jordan gegen Amir! Ja, Jordan habe ich im Jitsu unterrichtet, die letzten drei Monate. Wir wollen mal schauen, ob Jordan hier was umsetzen kann. Da bin ich sehr stolz drauf, aber ich bin sehr gespannt zwischen diesen jungen Talenten, die sehen beide sehr fit aus. Und hier geht's los. Zuerst, wir nehmen die Hände. Wow, shootet direkt rein. Aufstehen, Jordan, aufstehen. Bein zurückschmeißen. Zurückschmeißen. Arbeitet den Kimura. Weitermachen, Jordan, hoch, aufstehen, genau. Du schaffst das mit dem Aufstehen. Siehst du, das funktioniert, stell dich auf das rechte Bein. Genau, jetzt versuch das Bein rauszuziehen. Der hat gleich keine Kraft mehr, Jordan. Genau. Jawohl. Da arbeitest du halt den Double-Lag. Hoch, Jordan, hoch. Am Käfig hochlaufen. Andau, Huxi, ja. Sehr gut, Jordan. Sehr gut, du bleibst oben. Du bleibst dominant oder du stehst auf. Ist nichts, Jordan, ist nichts, ist nichts. Komm hoch, hoch, zeh dich zu ihm hin. Ist nichts, ist nichts, ist nichts, ist nichts, Jordan. Streck das Bein aus. Komm wenigstens hoch. Hoch, komm, Jordan. Das ist nichts. Genau, drück das Bein weg und steh auf, ja. Dominanz holen. Dominanz, ja. Sehr gut, warte, warte, warte. Warte hier einfach, du bist gerade am Dominik. Genau, das Bein rausarbeiten, wie Absprollen, okay. Lass das rechte Bein unten. Sehr gut, Jordan. Genau, da kann nichts kommen, das kostet ihm nur Kraft. Und wenn du gleich oben bist, dann arbeitest du mit den Händen. Lass ihn dich nicht drehen, mach dich schwerer. Swirl ab, Swirl ab. Jordan, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Zieh das Bein raus. Das Bein langsicht, nicht rüberwerfen, das du hast Zeit. Mach Druck mit deiner Schulter, Gegenseit, Kopf. Genau. Hol mal richtige Position. Ja. Mehr nach hinten, nicht zu weit nach vorne mit dem Gewicht. Mehr nach hinten, ja. Ist alles gut, Jordan. Das sind alles Punkte für dich. Da kommt ja nichts. Aber du kannst langsam aufstehen, Mann. Komm, wir haben zweimal drei Minuten. Mal gucken, wie lange Patrick sich das noch anguckt. Das Bein kannst du raus. Du kannst mit dem Bein einen Schritt rüber machen. Jawohl. Zu ihm hin, zu ihm hin. Zu ihm hin. Jetzt pass auf. Arme, Arme auf ihn drauf. Pass auf, Triangel auf. Pass auf, Arme auf. Warte, nicht überhasst ihn, Jordan. Nicht zu weit nach hinten. Er ist zu stabil für uns, dass er darauf tappen würde, auf diesem Body Lock. Ja, also es gibt leider keinen Crowd. Unangenehm sein. Pass auf, die Arme auf. Keine Arme, keine Triangel riskieren. Ja, mach da jetzt. Runterdrücken wieder. Komm, Jordan, das ist doch nichts. Runterdrücken, Jordan. Und ausarbeiten. Jordan, du hast noch 40 Sekunden. Du musst noch einmal aufstehen, ja. Komm, einmal aufstehen. Wir wollen noch einmal da raus. Runterdrücken, runterdrücken. Er wird seine Beine gleich aufmachen. Das ist ein interessanter Spielplan für den MMA-Fall. Genau, aufstehen, Jordan, aufstehen. Hoch mit dem Körper, hoch mit dem Körper und Beine nach hinten schmeißen. Beine nach hinten schmeißen. Nicht sweepen lassen. Er will dich sweepen. Genau, oben bleiben, oben bleiben. Und diese Gart aufmachen. Wenn die offen ist, kommst du da raus, stehst du auf. Noch 10 Sekunden, Jordan, komm. Einmal aufstehen muss. Ja. Sehr gut. Genau, aufstehen. Vorsicht, Dummies sweep gefahren. Aufstehen muss. Siehst du, da kann doch nichts passieren, Mann. Genau, Knie drauf abstellen. Wenn es in den A-Kampf wird, kann man sich hier auch ruhig halten. Abstehen. Abstehen. Sehr gut, sehr gut. Mach ich gleich. Setz dich erst mal hin. Der macht das gleich. Mach Wind, mach Wind, mach Wind. Jetzt weiß ich auch, die sind aus Belgien. Ja. Ja. Ja, mach Wind, mach Wind. Jordan, Jordan, wir bleiben oben. Wir kicken nicht. Du weißt doch, was er will. Du weißt doch, was der Vorort macht. Du brauchst auch Waxen zumachen. Oben, lang bleiben, nutzt den ganzen Geld. Der hat das Spiel zu leicht runtergekriegt. Du bist besser als das, okay? Du kannst das. Schön rumwandern, rumwandern. Und die Hände lang. Und unten siehst du doch, der ist nichts, Mann. Der ist nichts. Ja, aber dann mach doch was, okay? Bleib gefährlich, bleib gefährlich. Ich will das ein, zwei Hände treffen. Lass die Kick sein, bleib länger. Gerade Hände unten durch, okay? Gerade Hände unten durch. Gerade Hände runter. Fange ihn mit rechts, Mann. Du schaffst das. Du machst das. Okay? Bist du gut? Ja? Willst du das? Dann mach das jetzt. Wir haben nur Handschuhe zugemacht. Wir haben nur Handschuhe zugemacht. Starker Gursche. Auch ersten Platz beim MC Reppling gemacht. Nicht vergessen, wir haben dieses Jahr auch noch die ... Komm, Jordan. Hände, Hände, Hände. Ja? Tiefer stehen. Tiefer stehen. Tiefer stehen. Weiter geht's. Jordan gegen Arrière. Tiefer. Ja. Tempo ist raus. Siehst du, du hast noch Tempo. Ja, Jordan. Ja. Tiefer. Wow. Und der geht wieder für den Single. Weg, 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 weg. Cutt die Corner. Rum, rum, rum. Rum. Du kannst komplett weg. Weg heißt weg. Ja. Aber Jordan macht das super. Er macht sich richtig schwer auf seinem Gegner. Abspollen, abspollen. Beide nach hinten. Ja. Siehst du. Weiter, weiter. Bleib so, bleib so. Bleib so, bleib so. Das linke Beide nach hinten. Lass ihn das nicht ranziehen, okay? Das linke Beide ranziehen. Ja. Aber er ist sehr vermissen. Weiter, weiter, weiter. Und dann rumwandern. Aber erst das Bein raus, okay? Genau. Arbeite da. Das ist gut. Links ist gut. Arbeite. Spoil weiter links. Nicht schlafen. Cuttet er da die Corner. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Du kommst ja schon mal aus der Gefahrenzone raus. Weg, Spoil. Weg, Spoil. Dreh dich zu ihm hin. Zu ihm hin. Zu ihm hin. Du musst mich angucken, Jordan. Von da aus. Genau. Dreh dich zu mir hin. Bein raus. Bein raus. Das Bein raus. Arbeite da weiter. An der Kontrolle an der Tiefen. Hoch, hoch. Und jetzt nicht ans Bein lassen. Patrick lässt dich nicht zu Ende bringen. Komm. Stellt sie wieder auf. Tiefer, tiefer, Jordan. Tiefer stehen. Nicht ranlassen. Los geht. Hey. Wir wollen dich angegrüßt. Kickt aber direkt rein. Hände, Jordan. Hände bringen. Hände bringen. Komm. Gerade. Nimm die Rade. Ja. Gerade, Jordan. Ja. Geht doch. Jordan, gerade. Gerade. Durch die Mitte geht. Durch die Mitte geht. Durch die Mitte und tiefer stehen. Schön. Tiefer stehen. Komm, Jordan. Randa. Ja, schön. Siehst du? Der kommt doch nicht an dich ran. Gerade, Jordan. Gerade. Komm. Wir wollen Aktion. Noch eineinhalb. Und wieder zurück. Siehst du? Komm. Behalt den Druck bei und sei sprawl bereit. Druck bei behalten. Nicht schlafen, Jordan. Komm. Komm, Jordan. Tiefer stehen. Tiefer stehen. Und die Geraden. Die Geraden kommen. Ja. Weg, 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 weg. Wunderbar. Rum, rum. Zur anderen Seite raus. Buddy Lock for Jordan. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Ja. Rechts Crossface. Rechts Vorderseite. Abspollen. 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 Spoll ab, Jordan. Abspollen. Richtig spollen, Jordan. Beine lang. Beine lang. Ja, das ist ein Spoll. Nochmal. Nochmal das Gleiche. Noch 45 Sekunden, Jordan. 45. Ja, mir definitiv. Da steckt noch ein bisschen Weh drin. 45, Jordan. Du musst hoch. Patrick hat ein kritisches Auge. Sehr gut, Jordan. Wenn das Bein raus ist, stehst du direkt auf. Und hoch. Komm, Jordan. 30 Sekunden Aktion. Jordan. 30 Sekunden Aktion, Mann. Das sind die letzten 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden. Der Scheiß-Kampf geht nicht länger. Komm, Jordan. Komm, zwei Dinger gehen. Mega. Drei Zeiten. Die Mitte ist deine Mitte. Du. International. Komm, Jordan. Mitte. Ey, guck mich auf die Ruhe. Gelsenkirchen. Ui. Aufervoll. Wow. Hab wir im Vorwärts gehabt. Abspollen, abspollen. Schön, schön. Bleib weiter. Es ist nicht mal lang. Ja. Ich freue mich beim Arbeiten. Lass mich. Das ist gut. Das ist gut. Respekt an der Kämmer. Was ist los mit dir? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da ist es. Beide Jungs. Komm, Mann. Mach die, mach die. Mach die, mach die. Mach die, mach die. Das ist mein Ziel. Die, 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 die. Oh.